Meine Kindheit war arm, aber ich sagte schön. Und ich sagte auch warum, weil da war viel Liebe drin. Es war einfach viel Liebe drin. Man hat alles geteilt, ob das ein Cousin war oder auch ein Fremder. Man hat einfach geteilt. Wenn ich ein Stück Brot hatte und der andere sagt, ich habe Bauchhunger, dann wurde er in der Mitte durchgerissen. Er hat gesagt, du hast die Hälfte, ich habe die Hälfte. Und so haben das die Alten auch gemacht. Ich weiß, wenn die Oma oder meine Mutter oder meine Tante gekocht hat, der Erste, der gekocht hat, die hat schon geschrien, kommt alle essen. Dann hat jeder ein bisschen gekriegt. Da war nicht einer, der sich nur für sich satt gegessen hat. Da wurde einfach geteilt. Und das war eine Familie. Und deswegen waren wir auch so stark, weil wir zusammengehalten haben. Da war Liebe, Respekt. Und jeder hat auf den anderen aufgepasst. Allein schon deswegen. Wir waren eine kleine Gemeinschaft. Aber wir waren stark, weil wir zusammengehalten haben. Wir hatten den selben Wagen, nur ein bisschen kleiner. Da hat damals mein Vater gekauft vom Zirkus Krone, also der alte Zirkus Krone noch. Da hat mein Opa eins, zwei gekauft, mein Vater eins. Und da drin haben wir auch gewohnt, eine Zeit lang, bevor die Waggons kamen. Also ich habe sogar noch Fotos gefunden, wo meine Eltern, meine Geschwister waren noch alle klein, saßen alle so auf dem Sofa und die Inneneinrichtung von einem Wagen. Und jetzt, wo wir jetzt das gekriegt haben, so einen Wagen wieder zu zeigen, den Kindern. Zum Beispiel gestern waren unsere Kinder da und Neffen, die waren so begeistert. Und dann wollten die alles wissen, wo man geschlafen hat, wie die da drin gewohnt haben. Weil unsere Neffen und Enkelchen in dem kleinen Raum mit sieben, acht Personen, können sich das gar nicht mehr vorstellen. Wir haben früher Schrott, Möbel, Instrumente und die Frauen haben Decken verkauft, Kurzware. Das sind Berufe in der neuen Zeit, wo alles über Computer geht, da haben die gar keine Chance. Also ich meine meine Generation noch, die hält sich so noch über Wasser, weil wir haben das auch einfach im Blut drin, sag ich mal. Das Geschäftliche, da steckt einfach drinnen. Obwohl ich auch Kaufmann gelernt habe, in jedem Kaufhof auf der Hochstraße. Aber als ich meine Lehre zu Ende gemacht habe, habe ich gesagt, ich muss raus. Mir fehlt was, ganz einfach, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe direkt dann mein Gewerbe angemeldet und habe direkt weitergemacht. Aber jetzt unsere Kinder, unsere Enkelchen und Verwandten, die zwei haben Sportlehrer gemacht, sind hier in Köln im Studio, die unterrichten Kinder. Mein Sohn hat eine Kampfschule aufgemacht. Jeder macht dann so, aber alle wollen Berufe lernen und wir als Elternteil prägen das immer jedes Mal ein. Kinder lernt was, das ist später, wenn wir nicht mehr da sind, dann seid ihr nicht hilflos. Dann habt ihr was in der Hand und ihr könnt immer noch Geld verdienen. Dann habt ihr die